Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich ein Bellis, ein Brüchladdi, 13 Jahre, von der IslaCast Company. Ja, bevor ich überhaupt anfange mit dem Video, mit dem Whisky, möchte ich sagen, ich habe mir hier, man kann es vielleicht sehen, auch so ein kleines Ansteckmikro gekauft. Das habe ich vor kurzem mal bei meinem Freund, dem Jochen, auf dem Kanal gesehen. Der hat sich ja jetzt auch das Mikro gekauft. Und ich habe zu ihm gesagt, ja Mensch, da wäre ich auch daran interessiert, gib mir mal einen Link. Ich bestelle mir mal dieses Mikrofon. Dann brauche ich mein Großes nicht immer hier zu verstecken. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Und hoffe, ich komme euch da auch so ein bisschen entgegen. Ja, sagt mir mal, wie der Ton ist. Ich weiß es nicht, also ich kann es nachher am Computer, kann ich es hören, wenn ich das Video schneide. Aber sagt mir mal, wie ihr das empfindet, ob das so okay ist. Wenn ich Gäste habe in meinen Videos, dann werde ich natürlich weiterhin das große Mikrofon nehmen, weil jeder kann so ein Ansteckmikro, also ich weiß nicht, wie ich das nachher mache, dass jeder so ein Ansteckmikro das macht und den Ton dann zusammenschneidet. Da bin ich so technisch nicht versiert, also sagt mir das einfach mal, ob der Ton in Ordnung ist, ob man das so beibehalten kann. Und ja, gut, das mal dazu. Jetzt kommen wir mal zum Whisky. Der Whisky, das ist eine Flasche, die mir wieder der Franz Hauptmann zugeschickt hat. Franz, an dich gehen Grüße raus. Vielen Dank für diese Resteflasche. Der Franz schickt mir ab und an mal so Resteflaschen, wo so ein Dram noch drin ist. Und auch diese Flasche gehört dazu. Allerdings, Franz, kommen die Videos immer ein bisschen später, muss ich mich entschuldigen. Ich habe so viel Whisky und Samples da, dass ich nicht immer sofort die Videos drehen kann. Aber ich mache sie auf alle Fälle. Die Whiskys bleiben stehen und ich mache auf alle Fälle mal die Videos darüber. Das ist ganz klar. Und gerade so schöne Tropfen, wie dies hier einer ist, denke ich mal, weiß ich noch nicht. Ja, ich habe schon mal ein bisschen was reingeschüttet, damit der Whisky ein bisschen atmen kann. Ja, jetzt kommen wir mal zu der Flasche. Die Isla Cars Company, wer ist das? Das sind fünf Leute, Whisky-Enthusiasten, Whisky-Fans, Whisky-Liebhaber, die sich da zusammengetan haben. Oder die, ich weiß gar nicht, wie die sich zusammengefunden haben. Das sind wohl Freunde oder ist ein Stammtisch oder wie auch immer. Zumindest weiß ich, die sind ein bisschen verteilt im süddeutschen Raum. Also von Koblenz bis Bayern und so hocken die Leute und treffen sich ab und an mal. Die haben auch eine Homepage, die verlinke ich unten. Da kann man dann mal draufgehen, mal gucken. Ja, die Isla Cars Company ist mal entstanden. Also wie gesagt, diese fünf Leute, die haben sich, da sind zwei Steuerberater. Einer macht Gartenlandschaftsbau. Einer ist so ein bisschen computerversiert und hat so ein bisschen mit IT zu tun. Und einer von denen hat so Marketing-Connection oder ist so ein Marketing-Typ, Manager oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und der hatte Connection zur Insel Isla. Diese fünf Leute, die fahren immer einmal im Jahr, sind die immer auf Isla jährlich. Und ja, so wie wir das halt auch alle machen. Jetzt natürlich in der Corona-Zeit nicht, aber sonst haben wir es ja auch gemacht. Wir sind ja auch immer nach Schottland gefahren, wenn es möglich war, zu unseren Destillern. Nun, die sind halt immer zur Insel Isla gefahren, weil sowohl die rauchigen Isla-Whiskys gerne haben oder gerne mögen oder überhaupt die Whiskys von der Insel Isla. Und ja, und dann sind sie halt mal auf den Gedanken gekommen, ja, wir müssten uns mal ein Fass besorgen. Und da der eine ja da diese ganze Connection hat und so ein bisschen Beziehung hat, haben die sich wohl, so wie ich es rausgelesen habe auf der Homepage, ein Kirchhomen-Fass besorgt. Das war wohl das allererste Fass, was sie sich besorgt haben. Ja, und dann ist die Idee entstanden, daraus mehrere Fässer, eine Leidenschaft zu machen. Jetzt haben sie auch auf ihrer Homepage einen Shop, da kann man sich auch die Flaschen kaufen. Diese gibt es allerdings nicht mehr zu kaufen. Die ist leider ausverkauft, aber ich stelle sie trotzdem vor, weil mir das Projekt von den Leuten so gefällt. Diese Isla Cars Company, das gefällt mir sehr gut. Und ja, man kann dort halt sich dann auch andere Whiskys kaufen. Dieser Whisky heißt Bellies. Bellies, das ist, weil der eine dort von den fünf macht ja Gartenlandschaftsbau und sie benutzen botanische Ausdrücke, botanische Namen für ihre Abfüllung. Nach dem Alphabet, B ist jetzt der Bellies, denke ich mal, wird es das zweite Fass gewesen sein, was sie dann genommen haben. Und hier drauf auf dem Etikett, ich kann mal gucken, ob das ein bisschen scharf macht, die Kamera, Moment. Da ist eine Blume drauf oder sind Blumen vorne drauf. Und ich denke mal, dass der Name Bellies der botanische Name ist für diese Blumen da drauf. Ich habe auch schon andere Flaschen gesehen, da sind andere Pflanzen drauf. Also ich denke mal, dass die halt die botanischen Namen hernehmen für die Abfüllung. Man muss ja dem Kind irgendwie einen Namen geben. Und sie füllen halt Fässer ab oder lassen Fässer abfüllen. Ja, weitestgehend naturbelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt gefiltert sind. Kühl gefiltert auf keinen Fall. Aber anderweitig gefiltert, weiß ich nicht. Ja, denke ich mal, wird es sein. Weil sonst wäre ja da ein bisschen Dreck drin, sag ich mal, oder so. Ein paar Fassrückstände. Aber sie sind weitestgehend naturbelassen. Es sind Single-Cast-Abfüllungen in Fassstärke, die in die Flasche kommen. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert natürlich. Das ist Naturfarbe. Und hierbei handelt es sich um eine Sherry-Cast-Abfüllung. Ein Sherry-Hawksherd. Hinten steht es nochmal drauf. Also steht auch alles transparent drauf. Die Cast-Nummer 1416, 1416. Sherry-Hawksherd, 13 Jahre alter Whisky, 55,3 Volumenprozent. Und hier sprechen wir von einem Bruchladdi. 13 Jahre, habe ich ja schon im Vorfeld erwähnt. Und dieser Bruchladdi, der ist destilliert worden am 21. September 2005. Also der stammt noch aus der Ära Jim McHugh und Marc Renier, wo die beiden die Destille wieder aufleben lassen haben. Und kurz danach wurde halt dieser Whisky gebrannt. Und er soll, so wie ich das gelesen habe auf der Homepage, in alten Sherry-Fässern gereift worden sein. Also wirklich Sherry-Fässer, die noch, wo vorher noch lange Sherry drin lag. Also nicht mehr diese jungen Fässer, da machen wir mal für zwei Jahre Sherry rein und danach Whisky. Nein, hier war wohl noch lange Sherry drinne vorher. Ja, im Oktober 2018 gebottelt. Also 13 Jahre alt. Und die Abfüllung ist auf 302 Flaschen limitiert gewesen. Und das ist die Flasche 170. Wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Sie hat mal 125 Euro auf der Homepage gekostet. Ja, denk mal, dass ich soweit alles zu der Flasche, zu dem Whisky soweit gesagt habe. Zu Bruchladdi brauche ich nichts mehr sagen. Bruchladdi macht ja auch noch rauchige Geschichten. Das ist die nicht rauchige Version. Dann gibt es noch die Port Charlottes, die ein bisschen stärker rauchig sind. Und dann gibt es natürlich die Octomors, die dann ganz stark rauchig sind. Und hier haben wir dann einen Bruchladdi im Glas. Ja, also kommen wir mal zum Whisky. Boah. Yes. Da kommt eine Sherryfracht entgegen. Ich meine, wenn man sich die Farbe mal anguckt, das ist echt dunkles Maragoni, sage ich mal. Also sehr dunkle Farbe. Boah. Sehr intensiv. Also wir reden davon 55,3 Volumenprozent. Sehr, sehr intensiver Sherry. Richtig. Der Sherry knallt einen gleich richtig. Der springt einen richtig ins Gesicht, sage ich mal. In die Nase. Boah. Sehr, sehr Sherry-lastig. Aber ist ja genau mein Beuteschema. Ich mag ja diese sehr alten Sherry-Whiskys. Also die, die aus sehr alten Fässern kommen. Die mag ich ja. Und 13 Jahre in dem Fass gelegen, dürfte auch schon ein schönes Alter sein für so eine Geschichte. Jetzt weiß ich nicht, ob das First-Fill-Sherry war oder so. Das steht halt nicht drauf. Das ist das Einzige, was da nicht drauf steht. Aber ich denke mal, das müsste schon so in die... Naja, oder First-Fill vielleicht nicht. Second-Fill, sage ich mal. Die zweite Abfüllung wird es wohl, denke ich mal, gewesen sein. Weil bei First-Fill 13 Jahre, da wäre das Ding schwarz, glaube ich. Wunderbare Nase, wunderbar. Also hier... Sagen wir mal so, diese Fruchtbombe, die man eigentlich immer von Bruchladdi her kennt, die habe ich hier eher nicht so. Hier kommt die Frucht mehr von dem Sherry. Hier kommt der Charakter von der Destillerie im ersten Moment gar nicht so durch. Aber ich habe ein bisschen maritime Geschichten hier. Also so ein bisschen salzig, ein bisschen maritim, kommt mir das so rüber. Aber eine enorme Sherry-Fracht. Und da bei dem Sherry sind halt diese dunklen Früchte mit drin. Also da habe ich dann... Da habe ich dann schon so Erdbeere... Dunkle Kirsche vielleicht, aber ganz, ganz dunkle, saftige, reife Süßkirschen. So würde ich das sagen. Boah, sehr Sherry-lastig, muss ich sagen. Also der ist extrem aufgeladen. Eine süße, eine vanillige Süße habe ich da auch noch. Eine schöne, ja, Vanille vielleicht gar nicht... Ja doch, Vanille oder Honig. So vielleicht Karamellhonig, vielleicht in die Richtung gehend noch. Und eine leicht schweflige Note habe ich hier drin, muss ich sagen. Eine leicht schweflige Note. Das, weiß nicht, das kenne ich eigentlich von Bruchladdi, glaube ich, nicht so. Das muss dann auch vom Fass kommen. Vom Alkohol überhaupt nichts zu spüren. 55,3 Volumenprozent überhaupt nichts zu spüren. Gar nichts in der Nase, null. Deswegen werde ich den auch mal pur probieren. Ist ja ganz klar, mache ich ja immer. Aber ich habe mir auch schon mal Wasser hingestellt. Mit Wasser werde ich ihn vielleicht, je nachdem wie er jetzt schmeckt, mit Fassstärke, vielleicht auch mal einen Schluck Wasser reintun. Oder ein paar Tropfen Wasser mal reintun. Ja, probieren wir mal. Schlange. Boah, heftigste, also allerheftigste Cherry hier. Boah, und Alkohol. Jetzt merke ich auch den Alkohol. Jetzt brennt es und kribbelt es so ein bisschen auf der Zunge und so an den Wangen in den Wänden. Boah, jetzt habe ich, jetzt habe ich ganz stark Tabaknote. Eine Tabaknote, altes Leder, altes Ledersofa. So richtig aus so einem Herrenhaus, so ein richtig altes, abgewetztes Ledersofa. Ganz starke Ledernote. Ganz stark. Und Tabak. Und in der Nase habe ich jetzt eine Süße. Eine richtig schöne Cherry-Süße. Jetzt kommen die Früchte auch in der Nase raus, finde ich. Was habe ich da so? Da ist so eine ganz eigenartige Note jetzt in der Nase drin. Ja, das geht. Das geht in die Richtung faule Eier. Also so die Nase jetzt. Jetzt, nachdem ich so den Rachenraum mit den Aromen gefüllt habe. Irgendwas modriges, fauliges, so habe ich jetzt da drin in der Nase. Auf alle Fälle. Aber jetzt nicht so unangenehm. Nicht so, dass ich sagen würde, nee, das ist eklig oder so. Gar nicht, nee. Aber so einen leicht fauligen, muffigen Geruch habe ich jetzt drin. Jetzt sind es wieder nicht die faulen Eier. Ja, das hatte ich eben, weiß nicht, also das wandelt ja ständig, du. Also leicht faulig-modrig ist es ein bisschen. Mit einer Süße gepaart. Und hinten, ganz hinten durch ist eine Frucht. Und da hätte ich so Erdbeere und ganz dunkle Kirschen. Aber die Früchte sind nicht dominant hierbei. Ich glaube, ich probiere das mal mit Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das runterverdünnt habe. Vielleicht knapp auf 50 oder so. Mal gucken, weiß ich nicht. Ja, da kommt das salzige, das modrige, dieses, dieses, ja, faule würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. So modrig, modriges Holz, so salzig, maritim. Ganz eigenartig, aber gut. Eine sehr, sehr gute Note, aber eigenartig. Habe ich so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das so noch nicht gehabt, muss ich sagen. Oder jedenfalls nicht bewusst gehabt. Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das so schon mal, dieses modrige Holz schon mal so extrem hatte wie hier. Und hinter den modrigen Salzsiegen ist auch eine Süße, immer wieder eine Süße drinne, finde ich. Ja, schlansche, ich probiere noch mal. Jetzt gefällt er mir im Rachenraum schön. Jetzt habe ich schöne Fruchtnoten. Wie gesagt, ich bleibe bei der Erdbeere, bei der dunklen Kirsche. Jetzt habe ich nicht mehr so ganz stark dieses Leder, dieses Ledersofa, diesen Tabak. Die sind hinterspellig auch noch da. Aber nicht mehr so dominant, nicht mehr so, als wenn ich, wie er jetzt in Fassstärke war. Da habe ich diese Ledernote so arg gehabt, als würde ich auf ein Stück Leder kauen, sage ich jetzt mal. So arg habe ich diese alte Ledernote gehabt. Und Tabak. Und die habe ich, den Tabak habe ich jetzt immer noch, aber schön ausgewogen. Schön. Und das Leder und diese Früchte, alles zusammen sind jetzt, harmonisieren jetzt miteinander nach dem Wasser. Also braucht der für mich ein paar Tropfen Wasser. Eindeutig. Und der Abgang langanhaltend. Ich habe immer noch im Abgang hinten kommen dann diese, diese, so ein paar bittere Noten raus. So, 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 ja, Kaffee, Mokka. Das deutet darauf hin, dass diese Abfüllung 13 Jahre immerhin auch schon ein bisschen Eiche, ein bisschen Fass aufgenommen hat natürlich. Also sind so holzige, modrige Holznoten. Und nach hinten raus so eine leichte Bitterkeit. Also Kaffee, Mokka und, boah. Also ich muss sagen, dieser Whisky, der überrascht mich. Ist nur 13 Jahre alt, aber der überrascht mich. Der wirkt wesentlich älter. Der kommt mir wesentlich älter vor. Also blind, ja, blind hätte ich auf einen 20-jährigen Whisky bestimmt getippt. Und der ist sehr komplex. Also mit dem Whisky müsste ich mich, glaube ich, na, ich habe ja noch einen Schluck. Da, also da werde ich mich mit Sicherheit nochmal hinsetzen und nochmal intensiv mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Dafür ist das Video viel zu kurz, um das jetzt alles, boah, da muss man, da muss man vorweg mal lange dran riechen. Da muss man ruhig hinter der Kamera ruhig mal seine Gedanken schweifen lassen und richtig mal die Aromen in sich aufnehmen, sage ich mal. Also das ist ganz eigenartiger, aber guter, sehr guter Whisky, den ich so noch nicht hatte. Mit so viel Aromen, der so komplex ist, der auch Schwankungen hat. Mal so, mal so die Nase. Mit Wasser wird er für mich besser. Ohne Wasser war er aber auch schon gut. Da hat er schön diese alten, dieses Herrenhaus, diese Ledernoten gehabt, diesen Tabak, den er jetzt immer noch leicht hat. Aber der mir jetzt besser mit Wasser gefällt, muss ich sagen. Da harmonisiert alles zusammen, finde ich, besser miteinander. Boah, mega. Also auf alle Fälle ein schöner, ein schöner, alter, gediegener Whisky blind, wäre das für mich. Ja, und bewusst nur 13 Jahre alt. Wahnsinn. Wahnsinn, was so ein altes Sherry-Fass, ja, was so ein altes Sherry-Fass bewirken kann. Und hier wurde für mich eindeutig ein altes Sherry-Fass benutzt. Wie alt jetzt, oder wie lange da vorher Sherry drin gelegen hat, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber für mich ist es eindeutig ein Sherry-Fass, wo lange, lange Sherry drin war. Ja, sorry, da musste ich jetzt einen Cut machen. An der Haustür hat es geklingelt. Und da war jemand, den ich erwartet hatte, aber den ich eigentlich erst für später erwartet hatte. Und da musste ich an die Haustür gehen. Macht ja nichts. Also kann passieren. Entschuldige ich mich für... Aber gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir so stehen geblieben sind. Fakt ist eins, der Whisky ist ganz außergewöhnlich. Habe ich so noch nicht gehabt. Mit so einer Aromenvielfalt. So komplex, mit nur 13 Jahren. Den man immer blind älter schätzen würde. Aber schön, dass ich so einen Whisky mal im Glas haben darf. Und da ist auch noch ein bisschen was drin. Das werde ich jetzt nachher mir noch zu Gemüte führen, wenn die Kamera aus ist. Und ja, Fazit. Zu kaufen gibt es den ja leider nicht mehr. Sehr, sehr schöner, interessanter Whisky. Und ich finde dieses Projekt richtig gut. Das sind halt Whisky-Enthusiasten, wie wir das halt sind, die sich da zusammengetan haben. Sie haben halt, wie gesagt, einen Shop dort. Aber sie machen das, glaube ich, freizeitmäßig. Also sie bieten auch nicht so viele Fässer an oder auch nicht so viel Abfüllung an. Das sind halt immer ein paar Geschichten. Und ich denke mal, fünf Leute können von so einem kleinen Shop nicht leben. Also das wird eine Freizeitgeschichte sein und wird die Unkosten decken. Und ja, vielleicht fällt noch ein klein bisschen was ab. Aber ja, schaut mal rein da. Also ich finde das ganz interessant. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Und wenn das weiter solche Whiskys sind, wie es dieser hier ist, dann lasse ich mir die ganze Sache gefallen. Und ja, er war halt mit 13 Jahren 125 Euro teuer. Also das ist schon eine Ansage. Also es ist sehr, sehr teuer für einen 13-Jährigen. Aber ich muss sagen, der ist hochinteressant, dieser Whisky. Hochinteressant. Ja, wie gesagt, zu kaufen gibt es den nicht. Aber ja, das soll es dann auch soweit zu dem Whisky gewesen sein. Ja, wenn ihr das Video gut fandet, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und ja, würde ich mich verabschieden. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.